Dieser Vorhangstoff aus dem Hause Gadi Sette heißt Jasmin und wir sehen ihn hier in der Farbe Terra. Dieser Stoff besteht aus 70 Prozent Polyester und 30 Prozent Baumwolle. Polyester ist drin, damit es nicht so sehr einläuft und bessere Pflegeeigenschaften hat, zum Beispiel beim Bügeln. Und die Baumwolle ist beigemischt, um einen trockenen Griff zu bekommen und um diese matte Optik zu erzielen. Dieser Stoff ist normalerweise als Fertigvorhang nur in ganz bestimmten Maßen verfügbar. Bei uns können Sie ihn aber in Ihren eigenen Maßen bestellen. Und weil wir den Artikel Jasmin in der Farbe Terra am Lager verfügbar haben, können wir ihn innerhalb von zwei Wochen fertig genäht liefern. Bestellen Sie jetzt Ihre Wunschgardine aus dem Artikel Jasmin in Farbe Terra. ositiv